Erich Wolfgang Korngold, geboren 1897, war das große Wunderkind um die Jahrhundertwende in Wien. Gustav Mahler fand ihn noch weitaus begabter als Mozart. Und dieses Klaviertrio, sein Erstlingswerk, hat er noch vor seinem 13. Geburtstag vollendet. Wenn Sie es gleich hören werden, werden Sie es nicht glauben. Aber es ist tatsächlich so. Man hört Richard Strauss, man hört auch Gustav Mahler, aber man hört auch doch schon eine ganz eigene Klangsprache, die später dann, als er 1934 nach Amerika ging, die Filmmusik bis zum heutigen Tag entscheidend prägen sollte. Er hatte ursprünglich nicht geplant, ewig in Amerika zu bleiben und Filmmusik zu schreiben, weil er sich doch absolut als klassischer Komponist sah. Aber nach der Machtübernahme der Nazis konnte er mit seiner Familie natürlich nicht mehr zurück nach Wien und blieb dann in Amerika. Es gibt die Geschichte, ich bin nicht ganz sicher, ob sie wahr ist, aber sie ist mir so erzählt worden, dass aus dem Nachlass von Korngold eine Mappe mit Filmmusik-Themen an John Williams verkauft wurden. Und da waren viele der berühmten Themen aus Star Wars und Indiana Jones anscheinend mit dabei. Die sind vielleicht auch von Erich Wolfgang Korngold. Und vielleicht werden sie während des Trios auch manchmal ein Filmmusikerlebnis haben, aber sicher auch einen Spaziergang durch das Wien der Jahrhundertwinde. Ja, jetzt möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, mich auch zu bedanken bei der Villa Seligmann, dass wir hier zu Gast sein dürfen und bei den Förderern und Sponsoren. Und unser Klaviertrio Hannover freut sich, wenn sie uns weiterhin folgen. Wir haben spannende Projekte vor, unter anderem werden wir uns in Zukunft sehr um die Werke von Komponistinnen kümmern. Also bleiben Sie an uns dran. Vielen Dank. Komponistin 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020